Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Ja, wir suchen ja jetzt jeden, der zur Wahl steht, auf, um uns deren Unterstützung zu sichern. Aber die Sache ist die, dass jeder bis jetzt zwei von dreien auf jeden Fall auf meiner Seite sind. Aber sie möchten halt ganz gerne sicher sein, dass sie gewinnen. Und deswegen soll ich halt so eine Krone holen und die soll ich halt denen verschaffen, dass sie auf jeden Fall gewinnt. Ich möchte das aber eigentlich eher so machen, dass jeder mir seine Unterstützung zusichert hat und ich das eigentlich das Schicksal entscheiden lasse. Der ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Ich bin der Beherer von Bad News. Vinhbarr, Ihr High King, ist tot. Vinhbarr. 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 I'll lay them out for you. We must find balance with those from the remote Island and live together in harmony. But for this, we must teach the Rhaenyks a humility and to respect the Earth. I would like to meet Enon Milfruchtemann in order to find an antidote for the disease that is destroying my people. If you were elected, would you help me in this endeavor? You are a Karantz of our clan, and I have witnessed your wisdom and benevolence. I would be glad to help you meet Enon Milfruchtemann, and I pray that he will help your people. But you should know that my election is far from certain. The spirits are divided, and some are thirsty for revenge. Would there be a way to make sure that you get picked? I do not like the idea of using such a method. But yes, there is a way. The high kings of old wore a legendary crown, said to be a gift from Enon Milfruchtemann. And where can I hope to find it? In the building. And that it is a deep... If you do... That we know where we find the crown, We know where we find the crown. 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 And the crowns of the crown. And it's kind of aquí. So, we know where we find the crown and treasury well. And the crown. And that we have a child. And that we do not Guentearget. Also ich habe... Oh, hier ist es nicht. Ein weiter. Auf jeden Fall, ja, dass man mir halt die Wahl lässt, ob ich diese Krone halt suche und... Ach, da ist noch einer. Ich komme gar nicht dran, weil ich im Stein stehe. Oh, die Notiz. Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben mehr Angst hatte, als in dem Moment, als dieses Naidak Magamann mit angelegtem Speer in der Hand auf uns zuraste. Ich dachte, mein letztes Stündlein wäre gekommen und es wäre sicherlich auch so gewesen, wenn ich nicht mein mutiger Leibwächter eingegriffen hätte. Es gelang ihm, die Angriffe abzuwehren und uns genug Zeit zur Flucht zu verschaffen. Und jetzt, wo meine Angst verflogen ist, bedauere ich, dass ich der Bestie nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe. Trotz ihrer enormen Größe wirkte sie fast menschlich. Wir müssen unsere Beobachtungen fortsetzen. Oh nein. Oh, ich weiß, was das ist, was das für ein Vieh ist. Nein. So ein Kackvieh. Ah ja, ich wusste es. So ein Kackvieh. Ich bin mir fast sicher, dass dieser große Grabhügel uns viele Dinge über die Kreaturen verraten könnte. Einige Älteste der Eingeborenen haben mir erzählt, dass er ein gigantisches Skelett beherbergt, auch wenn ich es nur studieren könnte. Ach, ach, wenn ich es nur studieren könnte. Am Ende ist es dem Naidak Magamann gelungen, meine getreuen Leibwächter zu töten. Ich werde dafür sorgen, dass seine Witwe eine hohe Entschädigung bekommt. Er kämpfte wie ein Löwe und gab mir sein Rapier, bevor er starb. Umzufolge habe ich eine Chance, einen Angriff dieser Bestie zu überleben, wenn ich die Klinge vergifte und wiederholt zuschlage. Vergiften? Vergifte ich denn was? Na gut, wir schauen mal. Ah, der kommt einfach gut zu. Ah! Boah, aber was, warum, was, was will er denn jetzt schon wieder von mir? Oh, das ist ein bisschen zu. Oh, das ist ein bisschen zu. Waaaaaaah! Oh Ich hasse dieses Viecher. Ich meine diese Viecher. Okay, Knochensplitter vom Herrscher der Ebenen. Traurig. Immer traurig. Und wer beschützt jetzt danach? Große Drachen-Doppel-Axt. Toll. Ich habe es schon verworfen eigentlich. Zwei Handwaffe zu nehmen. Irgendwas wartet da auf uns. Aber da kommen wir nicht hoch. Es war doch wieder klar, dass wir komplett einmal rum müssen. Hier waren schon andere Leute. Mal so ab und zu mal so ein bisschen umgucken, ob man nicht doch noch irgendwas findet. Ich würde gerne hier durch. Mein Gott. Oh Gott, ey. Ja. Den haben wir. Ne, hier kann ich wieder runter. Okay. Ist mal irgendwas eingestürzt. Das sieht hier sehr groß aus. Aber das sind wahrscheinlich diese Knochen, die die meinen. Oh nein. Oh nein. Yes, but I am not a Reneigse. I wish to lead my people to victory, and I have come here seeking something that will make it a certainty. And so? Do you plan on keeping it for one of those who is too wise or cowardly to come and get it themselves, or will you give me the crown? Derdere is a great warrior. If she reigns, she will unite all of the clans, and with the blessing of Enon Milfruchtem and the people of your island will be chased away from here. Think long on this. If you leave her the crown, she will become the hoi queen. You will not be able to change your mind. Scheiße. Ja, sie ist, was auch, sie ist ja, Ulan ist dafür, der ist zu sehr zugetan zu den Reneigse und stößt da natürlich, ähm, zu den Verneigse, also zu den Menschen, sag ich jetzt mal, der ist ziemlich darauf apart, also der ist zu sehr auf, äh, auf der Seite, äh, für die Seite der Menschen, der Ulan. Und, ähm, viele, äh, deswegen stößt er bei vielen auch auf, ähm, Hass. Sie möchte die überhaupt nicht auf der Insel haben und möchte die Menschen wieder vertreiben, könnte aber damit alle Clans vereinen. Und der andere, der ist so, ja, wir müssen alle in einem Gleichgewicht leben und wir müssen den Menschen das beibringen, dass sie die Natur zu respektieren haben und man, also, er möchte halt ein, gemein, ein Miteinander. Problem ist nur, mit Ulan werden die Menschen, die, ähm, an, also hier, die Einheimischen vernichten, weil er zu weich ist und mit dem anderen, ich weiß, ich hab den Namen vergessen, ja, das wird nicht funktionieren, die Menschen werden sich, äh, diesen, äh, diesen Lebenswandel von denen nicht aufzwingen lassen oder ihren abschwören und alles so drum und dran. Also ich bin, ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin für sie. Aber, wir können trotzdem fragen, ich möchte ja nur die Krankheit geheilt haben und dann kann ich wieder nach Hause fahren. Da hab ich kein Problem mit. Ich muss nicht auf dieser Insel bleiben. Ich find's sowieso scheiße, dass die auf diese Insel gegangen sind und die, äh, Einheimischen halt darunter leiden, ne? Ähm, äh, pass auf. Äh, sie fragen, was sie als Königin, Hochkönigin vorhat. Wenn ich den Kräunen dann werde ich heißen, High Queen. Was sollt ihr mit diesem Macht machen tun? Sie haben bereits gezeigt, dass alle nicht wie die anderen Inhalte sind. Ich will nicht von Ihnen die Wahrheit nicht von Ihnen die Wahrheit. Kirfradi nicht will willkommen Ihre Leute. Sie mit uns Take ohne zurück. Kill und pillage. Ich werde unite meine Leute und cast all die Monizenaig in ihre ocean wagons. Sie werden und pillage elsewhere. Sie hat Recht. Sie hat wirklich Recht. Sie kommen auf diese Insel. Sie gehört nicht denen, sondern ihnen. Und sie töten und plündern und wollen da siedeln und das zu ihrer Heimat machen. Und wer leidet die Einheimischen? Ansprüchen, dass wir in das Heiligtum müssen. Ich komme hier, zu suchen, weil ich die Hilfe des nächsten High-Kringen brauche. Ich muss Enon-Mil-Fügtemann treffen, um ihn zu heilen, meine Menschen zu heilen. Sind Sie sicher, dass sie Ihre Menschen sind? Sehr gut. Es ist eine sehr große Ehre, dass Sie mich fragen. Aber Sie haben große Risiken genommen, um ihn zu erhalten. Wenn Sie mir die Krone geben, werde ich die Sanctuary für Sie öffnen. Sie können mit Enon-Mil-Fügtemann sprechen. Ich versuche das zu Ihnen. Ich gebe ihr die Krone. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr selber spielt, könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, für wen ihr euch entschieden habt. Und was die Auswirkungen waren. Ich gebe definitiv ihr die Krone. Weil sie hat einfach Recht. Das ist deren Insel. Sie sollen sie sich zurückholen. Und wir, also die Menschen, haben da nichts zu suchen. Ich sage jetzt mal die Menschen, weil das sind ja nicht nur Einheimische, sondern das sind ja auch mystische Persönchen, sage ich mal. Die haben da nichts zu suchen. Wenn ihr deren Krankheit geheilt ist, können sie auch wieder abziehen und in ihre eigene Heimat zurück. Und dieses Töten und Plündern ohne Sinn hört auf. Denn die Menschen sind die Fremden da. Also ihr die Krone geben. Möchte jemand irgendwie was sagen? Nein? Gut. Hä? Endlich habe ich es geschafft, in den Grabhügel zu gelangen. Aber leider hat mich der Wächter schwer verletzt. Doch das ist egal. Ich werde mich später darum kümmern. Denn dieses Grab ist so faszinierend. Ich dachte, dass die Wächter, die ich beobachtet hatte, groß gewesen seien. Aber ich hatte keine Ahnung. Das Skelett, das ich hier drin gefunden habe, ist noch gigantischer. Oh, was für eine Kreatur muss das wohl gewesen sein, als sie noch am Leben war. Nach Angaben der Eingeborenen war dieser Wächter der erste, der erschienen ist. Und er war in der Tat ein alter König der Insel, der sich in dieser Kreatur verwandelte, um einen Feind abzuwehren, der aus dem Meer kam. Es ist ganz offensichtlich eine Legende, aber meine Beobachtungen lassen mich vermuten, dass sie zu einem gewissen Grad wahr sein könnten. Diese Bestien waren Männer und Frauen, bevor sie sich durch einen schwer begrifflichen Prozess im Wächter verwandelten. Meine Wunde wurde infiziert und ich habe keine Möglichkeit, sie zu behandeln. Was für eine Schande. Ich hätte dieses Tagebuch gerne vollendet. Ich hoffe, dass jemand meine Notizen findet und meine Arbeit fortsetzt. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Das war ich. Jetzt kann ich hier wieder runter und dann direkt wieder raus. Das ufer der großen knochen also ich finde es richtig so wie ich mich entschieden habe ich habe muss ich ganz ehrlich sagen überhaupt keine zweifel eigentlich das ist ein bisschen schade hier mit dem wächter nicht echt immer ein bisschen blöd ich finde es blöd dass sie halt getötet werden weil es sind ja wächter und sie hätten es wenigstens so machen können dass man sie nicht sie hätten sie ja wenigstens so machen können ich habe jetzt aber auch kein feuer in der nähe sie hätten so machen können dass wir den wächter besiegen und dass er dann uns halt eintreten lässt das finde ich viel also das hätte ich viel cooler gefunden da vorne ist das lager so so ich bin waiting für die anderen halten ihre versprechen ja wenn nicht dann auch haha also egal was passiert ich habe gewonnen so wer ist es das ist auf jeden fall eine frau so 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 zu Angesicht mit einem Gott. Zwei Tage warten und direkt dorthin gehen? Ja, ich habe ja sonst nichts mehr zu tun, ne? Zwei Tage warten und direkt dorthin gehen. Ich habe sonst wirklich nichts mehr zu tun. Ich habe nichts zu tun. Ich habe ja alles fertig. Also, das, was ich halt fertig machen möchte. Aber geh, er hat dich erwartet. Bleib auf dem rechten Weg und nicht zurück. Die sagen, die, die zurück zurückkehren, wachsen die Guardian des Sanctuary. Okay. Ähm, gut. Aber ich mache jetzt trotzdem jetzt mal zwei Minuten eher Schluss. Und es kann sein, ich weiß, ich habe kein Gespür dafür. Ich weiß nicht, wann Ende sein wird. Deswegen. Ähm, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.